VW Volkswagen geht 2026 in die Pleite Autodoktor D. Seltsamek kennt sie YouTube. Heute am Dienstag, den 6. März 2019 beginnt in Genf in der Schweiz der berühmte Genfer Autosalon, eine internationale Auto-Ausstellung, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Ich bin der Meinung, das könnte bald eine der letzten Automessen sein, denn wir haben es dieses Jahr ja gesehen. Die Elektroautos mit Computersteuerung sind ganz groß im Kommen und man hat beispielsweise in diesem Jahr beziehungsweise im letzten Jahr schon nicht mehr auf der Auto-Ausstellung in Detroit ausgestellt, sondern ist auf die Computermesse in Las Vegas gegangen und dort sind die neuesten Auto-Entwicklungen vorgestellt worden. Die Welt zum Thema Auto wird sich bald radikal verändern, weil das Auto der Zukunft eben der Batterieantrieb und das Elektroauto ist. Autos mit Motoren dürften bald endgültig out sein. Aber nun stellt auch heute in Genf auf dem Automobilsalon Volkswagen ein ganz neues Konzept für das 21. Jahrhundert vor mit angeblich neuen Elektroautos und neuen Entwicklungen, wo man ja der Konkurrenz aus Ostasien in Wahrheit um Lichtjahre hinterher hinkt. Ich habe ganz erhebliche Zweifel, dass diese neue Entwicklungen von Volkswagen überhaupt zum Tragen kommen, denn die Konkurrenz aus Ostasien, insbesondere aus China, wird enorm sein. Nehmen wir nur den chinesischen Autokonzern bei Ton. Dieser Autokonzern hat bis heute noch kein einziges Auto verkauft, aber in den letzten Wochen ganz enorme Entwicklungen beim Elektroauto vorgestellt. Es gibt Entwicklungen, deren die deutschen Hersteller das Wasser überhaupt nicht reichen können. Und ich bin der Meinung, diese neuen Elektroautos aus China werden bald den Markt überschwemmen, weil sie mindestens so elegant sind wie die deutschen Autos und der größte Autobauer bzw. der größte Elektroautobauer wird bald China sein. Hinzu kommt, dass man in den letzten Jahren im Wirtschaftswachstum in China ständig Absprüche machen musste und die chinesische Wirtschaft hat inzwischen schon Konjunkturprobleme. Und die chinesische Regierung tut derzeit alles, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln und beispielsweise dieser neue Autohersteller bei Ton ist ein Staatsbetrieb, der jetzt ganz besonders gefördert werden soll. Ich bin der Meinung, die deutsche Autoindustrie hat das Elektroauto in den letzten Jahren total verschlafen, auch die deutsche Bundesregierung hat die neue Entwicklungen total verschlafen und das wird für ganz erhebliche Probleme für die deutsche Autoindustrie sorgen. Ich habe bereits vor vier Jahren angekündigt, dass ich den deutschen Autokonzern Volkswagen für nicht überlebensfähig halte, weil man dort die neue Entwicklungen insbesondere zum Elektroauto total verschlafen hat. Und damals hatte man noch nicht einmal den Dieselskandal, der dazu beiträgt, dass Volkswagen in Zukunft immer mehr Marktanteile verlieren wird. Man mag heute in Genf das schönste Zukunftsprojekt vorstellen, aber es wird nichts mehr nützen. Die chinesische Autoindustrie ist der deutschen Autoindustrie um Längen voraus. Die Deutschen haben von ihrer guten Motorentechnik bei Benzinautos in den letzten 50 Jahren profitiert, aber das ist jetzt vorbei. Elektroautos können heute quasi in jeder Hinterhofwerkstatt selbst fabriziert werden, weil es keine Motoren mehr braucht, sondern nur ein Chassis ist und eine gute dekorative Ausstattung. Und das können die Chinesen ganz besonders und ich behaupte der größte Autobauer in drei bis vier Jahren weltweit wird aus China kommen. Es ist doch ein Witz, die angeblich so guten deutschen Autos mit ihren komplizierten Benzinmotoren sind viel zu teuer und das wird sich auch bei den neuen deutschen Elektroautos nicht ändern. Die chinesischen Autos hinken in der Ausstattung den deutschen Autos schon überhaupt nicht mehr hinterher, sondern sind genauso modern, brauchen aber eben keine Benzinmotoren mehr und deshalb werden die Chinesen in Zukunft den Automarkt beherrschen. Ich sage, das was ich schon vor Jahren gesagt habe im Jahre 2026 steht für den deutschen Volkswagen-Konzern die Pleite an. Nehmen Sie doch nur als Beispiel im Jahre 1982 dieser damals 150 Jahre alte deutsche Elektro-Konzern AEG. Noch ab 1980 hat man immer sehr gute Umsatzzahlen und Zukunftsprognosen-Prognosen erstellt und dann im Jahre 1982 war der AEG-Konzern auf einmal pleite. Und genauso ist es mit der deutschen Fernsehserie passiert. Die deutschen Fernseher wie Telefunken, AEG, Nordmendel, Grundig und so weiter waren technisch die besten Fernsehgeräte, die es überhaupt gab und dann kommt auf einmal der Plasma-Fernseher heraus, der eben keine komplizierte Röhrentechnik mehr brauchte und dann waren alle diese deutschen Fernsehkonsum pleite. Mit der deutschen Textilindustrie ist es genauso passiert. Bis noch in den 1960-Jahre waren die deutschen Textilien mit das Beste was es weltweit gab und dann sind die ab den 1970-Jahre-Jahren total verschwunden. Und genauso wird es mit der deutschen Autoindustrie passieren aber die deutsche Politik redet sich immer etwas ein weil man überhaupt nicht zukunftsfähig ist. Es ist absurd, heute noch auf deutschen Autobahnen unbegrenzte Geschwindigkeiten zuzulassen mit den bisherigen technischen Autos ist das möglich aber zukunftsgerecht ist das auf keinen Fall. Die Politik hat in Wahrheit der deutschen Autoindustrie das eigene Grab geschaufelt. Warten wir also das Jahr 2026 ab. Ich behaupte, der Volkswagen-Konzern als derzeit der größte Autobauer der Welt wird im Jahre 2026 spätestens in die Insolvenz gehen müssen.